Willkommen zurück, euer PS Pascal. Ja, meine Stimme ist ein bisschen heiser, dadurch, was ich letztes Mal ein bisschen krank war. Ich helfe mich durch, ihr kennt mich. Und ich gehe auch sowieso morgen aufs Volksstest, also so gesagt, kann man auch sogar sagen, heute schon auf Volksstest, weil wir ja schon haben. Also, ich würde später heute aufs Volksstest gehen, werde auch wieder Party machen, also ich kann schreien und alles. Also, das funktioniert schon, aber ich... Und wenn die Stimme weg ist, die Leute, ihr wisst Bescheid, scheiß drauf. Oh Mann, das war jetzt besser mitreden. Auf jeden Fall... Auf jeden Fall... Genau, auf jeden Fall, das Ding ist... Ich muss einen Lob aussprechen an den Frank Treiber, der unter meinen Kommentaren geschrieben hat. Der hat zwei schon wegen dieser Hater und so für Lernelektronik gemacht. Ich finde es cool, auch wenn er das mit Zügen reinsetzt und alles, finde ich echt sehr gut. Wenn der Unterseid drüber redet. An dich, Frank Treiber, nicht vergessen. Mach das mal mit mir auch, weil die machen mit mir auch Blödsinn und Scheiße. Das ist auch so wie bei Leon und so, das geht einfach nicht. Du kannst ja auch mal zwei Videos so von mir rein machen. Dann gebe ich dir meinen Auftrag. Das ist auch meine Zustimmung. Und... Ja, wie gesagt, ähm... Genau, und heute... Was ich euch auch sagen wollte. Ich wollte sagen... Ich wollte euch einen... Weil ihr sagt, also... Wegen... Also wegen Fan-Treffen mal anzusprechen. Ich habe es euch gesagt, ja... Weil ihr gesagt, ja, wo Fan-Treffen waren. Das weiß ich jetzt noch nicht. Wem muss ich jetzt überlegen? Natürlich erst, wenn es mir besser geht. Also nicht am Volksfest so, sondern natürlich mal so. Können wir uns untereinander mal so. Weil ich trinke ja Bier, so ist es nicht. Wir können ja mal was machen, so, ne? Ausmachen. Mal hin, irgendwo hinzugehen. Und zwar zu treffen. Was halt in meiner Nähe ist. Zum Beispiel Nürnberg oder Erdang. So da. Ja. Und dann würde ich sagen... Ich weiß nicht, wer von euch noch alles auf morgen... Also später meinte ich auf Ding kommt. Also auf dem Volksfest. Weil, äh... So gesagt, ja, ich werde auf jeden Fall da sein. Und das Feuerwerk filmen. Und diese... 1000 Lichter, das mit den Drohnen, würde ich auch filmen. Ja. Und... Am... 7.9. Ich vergesse mal hier auch noch ein kleines Video. Weil, da wird es richtig fest sich in der... Im Festzenten pappert. Ja. Da kommt... Ja, da kommt der... Juli am Sommer. Und... Ja. Und am 11.9. Bin ich auch wieder drauf. Auf jeden Fall. Abschluss nicht vergessen. Das muss immer der Highlight sein. Und ja. Und dann schon mal auch da, dass wir die Feuerwerk mit drauf kriegen. Ne, Leute? Und dann würde ich sagen... Ich würde sagen, haut rein. Und ich verbleib euer PS Pascal. Und... Ja. Würde ich sagen. Salud. Und... Los geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Och denke поговорist. Sod enfant zu vermeierten Und sch Monroe.